und damit herzlich willkommen zum let's play wir machen wieder ein bisschen vor wir haben eine neue reihe von gestohlene geschenke von lotus da gucken wir gleich mal rein das werden wir gleich mitnehmen und dann wollte ich mein licht noch ein bisschen auf die palme bringen noch ein bisschen hinterher hetzen das ist eigentlich so der rote faden heute das heißt wir machen hier einmal auf öffentlich dann gehen wir auf die stammkarte nicht ich habe ein bisschen farben umgespielten filter drauf gesetzt über die video aber das nummer so am rande so dann ausstattung ich wollte nämlich mal was probieren ich habe dann mit dem rennen einigen anderen noch haben wir die octavia die ich seit zwei jahren hier im schrank habe mal in angefasst und hab da mal ein bisschen rum gebastelt und ich finde das ist jetzt eigentlich ein ganz guter moment die octavia mal mitzunehmen die octavia einfach mal mitzunehmen zu dem einen event nenne ich es jetzt mal und zwar dass wir abfangen da gehen wir jetzt hin jetzt klauen sie mir auf der erde nicht mehr jetzt glauben sie mal auf dem mars perfekt leute kommen schon ein bisschen strukturiert ein bisschen farbe drauf gepinselt da habe ich wieder anhören müssen sie vermissen mein altes fahrzeug meine alten flieger jetzt ist guck ich erstmal nicht erstmal da ist noch muss eine muster orgenwander sein wo ich hin muss und nehmen wir die dahinten idee so perfekt daneben geworfen also daneben geworfen kann ich gut ich habe das hier im griff du kannst du nicht weiter gehen ja er muss natürlich hier umwandern ist es klar weil es kein lustig gibt also manchmal manche vollposten würde ich das so sagen aber ehrlich falsch gezogen jetzt geht es doch besser ja so sollte es sein so wollte es haben genau ja läuft doch Wir werden schon mal erheben. sieht doch ganz gut aus du brauchst hier nicht lang laufen geh woanders spielen ich habe eine andere Message bekommen, Capture und Decode das Signal du hast eine Radio Tower ich glaube hier fehlt noch ein ich habe hier nur geformatet die waren nicht ganz voll jetzt mal hier ein bisschen Deswegen ist der Schaden jetzt auch noch nicht ganz hoch. Ich hab das Ingriff verpisst hier. Ich glaub's aber nicht. Wir werden wohl die zwei Asking überwachen können. Du musst nicht wegrennen, ich erwischte dich auch so. Alter, da war noch einer. Was willst du denn hier? Zieh Liner. Ja, ich aber merklich. Mann, ey, hat ja nichts besseres zu tun. Stay focused. There is a heavy unit approaching. Na klar, der hat mich umgeworfen, ist okay. Brauchst du mit einer Feuerspritze gar nicht ankommen. Das interessiert mich nicht. Von alleine schon, sehr schön. Was ist mit einer Kugel von Manns? Hau ab hier. Ich bleib hier. Stock und Steif. Zustandsüberladung. Schön. Schön, schön, schön. Ah, der ist auch nicht schlecht. Ah, der ist auch nicht schlecht. Unrede Inbox-Messages make me ill. Und schon haben wir das erledigt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal, ähm, ich würde gerne mal noch was ausprobieren. Warte mal, wir waren das jetzt da. Muss ich mal ganz schnell gucken. Ich habe hier ein bisschen Faden verloren. Weiß ich, was im Rahmen. Ami voll, fertig. Ach, ja, hier stimmt. Fehlt mir mal da, äh, 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 äh. Ja, ich muss Relikte öffnen. Da war was. Mir hat hier der Dings gefehlt. Ein Formor fehlt mir hier. Das war's. So, aber ansonsten ist sie soweit ganz gut fertig. Deswegen, ähm, Ausstattung Arsenal. Hätte ich auch gleich machen können. Nehmen wir den Onkel Dante wieder mit. So, wollt wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich, äh, offen maß. Da ist es nicht so schön rot. Ja, ja, ich weiß. Du magst das. Oh, was soll ich spielen? Ich habe nicht unbedingt Sabotage. Nö. Verteidigung. Gut, dann switchen wir noch mal um. Ich mach das mal öffentlich. Ähm, Ausstattung. Arsinn. Ich weiß gar nicht, war die Cora. Irgendeinen hatte ich noch fertig, noch nicht fertig gemacht. Ja, wenn, muss ich noch machen. Da war noch was. Und... Ich hab alles wieder gut. Und ich hab das. Das ist schon ja. Wir sind wieder. So, zack. Und zack. Und zack. Und dann Sternkarte. Wir lassen es mal öffnen. Ich mach mal jetzt in der Rennung-Kurve draus. Ähm... So, und jetzt wollte ich doch eigentlich einer... Nicht Sabotage. Juni, nein. Störung. Du hast nicht Hilfe. Ausbauen. Ja, wir können mit dir auch mal eine Ausgrabung machen. Natürlich, hat man noch nicht. Zack. Mal sehen, wie wir uns schlagen dabei. Mit, äh... Mit Lemmy hat es ja auch schon gemacht. Mit Octavia. Ausgrabung. Und da hat sie mich eigentlich auf die Idee gebracht, mal meine wieder auszupacken. Und mal ein bisschen da, äh... Und da hat sie mich einfach auf die Idee gebracht. Wollen wir mal ein bisschen ballern hier Bleibt doch mal stehen wenn ich schieße Und dann haben wir wieder ein schönes Relikt gekriegt Ich komm schon, ich bin auf dem Weg Guten Tag Den nehmen wir auch noch mit Ich frage wie lange noch bis wieder der Arger kriegt Was? Wurde ich schon lange gewusst Wenn man diese Balle einhieß So, wir laufen mal hier hoch Gehen gleich ein bisschen spazieren Oh, wir kommen mal ein bisschen hier ums Eck Ja gut Der Rennung ist bald voll, müsste fast geklappt haben Vielleicht kriegen wir's ja hin Ein Weg ist das hier, heil Oh ja Der Scanner hat das Target ausgetauscht Geh zum DIG-Site Hey index ll chau hmm we need another power cell for the excavator we need another power cell for the Dankeschön Lass doch mal die Tür offen Oh, die muss uns ein bisschen beschäftigen Okay 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 Ah, hier kommen wir runter, gut. Hier kommen wir, hier kommen wir. Hier kommen wir. Hier kommen wir. Okay. The excavator has run out of power. Find a cell. ob ich sie da hier nichts von lauter flammen ganz gerne wir können gerne wieder reingehen ihr braucht ihr gar nicht rauskommt bleibt mal drin exklusiv Ich bin nicht so nah hier. Oh, der ist erledigt. Das schon einsammeln, auf zum nächsten. Oh, ich wollte auch hier durch. Lass doch mal die Oma hier durch. Ich bin nicht so nah hier. Da heben wir so mal mit auf. Jetzt sind wir mal nicht so gemein. Ich bin nicht so gemein. Oh, der geht runter hier. Die kleine Glocke hat sie noch. Das ist ja weit aus. Ich bin nicht über den oder was drin. Oh, pack noch die Glocke drum. Alles gut. Wo ist der denn daheim? Wäre schön, wenn sie mal die kaputt machen würden, die eigentlich Schaden anrichten. Ich bin ja nicht mehr gar nicht, aber ist halt so. Jetzt packt das nichts da hin. Auch gut. Klingt nach dem Plan. Die Bombe können auf euch fallen. So, auf zum Ausgang. Das war's hier in dem Theater. Entschuldigung. Du standst mir gerade ein bisschen im Weg. Du auch. Lass mal vorbei hier. Nö. Lass das mal sein. Warte mal die Tür auf. Du bist ja schon wieder weg. Du bist ja schon wieder weg. Ich glaub's doch nicht. Tschüss wollen das hin. Nö. 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 du bist da dran. So warte mal. Zock, zack, zack. Nö. Ich war eigentlich schon ganz richtig hier. Ruf, hier musst du dich lang. Geh mal hier durch. ja ja du hast ganz schön gelangt hier wäre schon ausmachen wird nur ihren angriff naja bringen los 39 kriotik gestohlen frechheit ja gut im im olanden Oh mein Gott! ich muss mal ein bisschen in die richtung so jetzt gibt es was auf die glocke das ist ein scheiß spionage Oh, was ist das? Scheiße, was mache ich jetzt so? Ja, meine Freundin meldet sich wieder zu Wort. Sehr schön. Nein, ich wollte nicht schon wieder hier runter. Ich bin wieder im Kreis, herrlich. Ich glaube, der ist wieder mal geöffnet. Super. Gut, da soll ich dann noch nicht durch. So. Entschuldigung, du bist mir gerade im Weg gelaufen. Waren wir ja schon bei Zeiten gelandet. Waren wir schon mal hier sind, dann nehmen wir gleich noch die Spinde mit. Oh. Boom, da war er weg. Okay, dann durch hier lang. Weißt du, du hast mir gerade im Weg. Entschuldigung, ich will mal ein anderer mal was probieren. Boing, jawoll, das hat mitgetan. So, ich muss noch 60 Gegner damit killen. Super. Okay, 35. Was macht er jetzt da rum? Das sind mir keine Freunde, wenn er immer so rumrennt. Hier. Oh. Ist doch wohl, ich war gerade. Oh, du meins ballert doch nicht wieder in der Gegend hier rum. Bin ich? Genau, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. die mag nicht nur nicht töten ich will sie nicht töten ich fühlte mich noch ein bisschen nervt Gute Nacht Darling, ja klar Oh mein Mann, oh. Oh mein Mann, oh. Ja, du bist nicht. Nein, 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 nicht rumschubsen hier. Trinkt hier nämlich nichts, wenn du ihn dann vertreibst du auf einem anderen Planeten. Ich misch mich da jetzt nicht weiter hin. Und weg ist er. Stay focused, there's a heavy unit approaching. Okay. 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 Dann hält die durch. Okay, okay. So lockst du auf den Punkt. Passiert, passiert. Gut, deine Maus. Das ist gerade nicht schon falsch. Gut, deine Maus. Gut, deine Maus. Gut, deine Maus. So, für mich ist das jetzt hier Feierabend. Mach was du willst. Ich gehe raus. Okay. Ja, aber bitte doch. Bedien dich nur. Ich mache die Taschen weit auf. Das ist nur für dich. Ja. So, jetzt haben wir das dritte Relikt. So, jetzt schauen wir hier nochmal schnell rein. Jetzt haben wir alle drei, die wir brauchen. So, das war falsch. Warte mal. Jetzt müssen wir mal hier reinschauen. Warte mal. Was war denn das letzte? Ich würde die sogar so lassen. Um's vorne. Ja. Ich würde die so lassen, ne? Gut. Aber. Ich würde das mal nicht wünschen. Okay, jetzt bin ich. Verteidigung Gut, werden wir nochmal sehen Wir machen es einfach noch, wir gucken mal was passiert Ich bleibe mal so ganz ruhig hier stehen, das kann ich wahrscheinlich am besten Hm Oh ja, komm du mal. auch jetzt hat sie mir am wickel mystery der letzte ist falsch der letzte war falsch also ich muss sagen die Cora ist jetzt relativ vielfältig geworden ja die Octavia, Entschuldigung muss ich jetzt so sagen kann man jetzt schön einsetzen kann man auch mal schön rumgehen mit macht alles ein bisschen abwechslungsreicher jetzt arbeiten noch dran dass in Stahlfahrt dann auch noch funktioniert ein bisschen heiß hier sehr gut so in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen fürs dabei sein ja ich würde mich freuen dass ich jetzt mal wieder reinschauen bei der nächsten Folge in dem Sinne bleibt gesund bleibt mir gewogen Anregungen, Informationen in die Kommentare zum nächsten Mal Tschüssikowski so auf gehts weitere folge warframe let's play wir machen den licht noch ein bisschen stress das heißt wir gehen jetzt nach Ceres da hat er sich ja hinverdruckt gerade ne, hier so da oh ne, nicht Mars sondern der Diebeshaken hat sich jetzt äh nach Ceres verrannt und da machen wir jetzt mal ganz Ceres eine Auslöschung so so die wollte ich eigentlich, ne stopp die mach ich mal da rein ne das war nochmal ein spaß oder freude da war nochmal ein spaß oder freude so auf geht's ja ich fall immer so gerne runter da fehlt mir ein bisschen Magie aber nicht so schlimm wir haben erstmal 15.000 Überschilde da kann man schon ein bisschen was reisen und da ich bin jetzt hier immer zu Hause es ist dunkel hier wie ein Bärenbox rein in der Brühe mhm lecker gibt da nicht schönes als erstmal einen Motto drinnen rum zu hüpfen das ist das 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 ist das das ist das 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 ganz gut damit ist das haben wir ein bisschen spaß hier wo grenzt du hin ich treffe dich doch nicht wenn du mir so vor der nase rum im auf 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 ok wer schießt denn da von hinten ein paar müssen wir schon erledigen oh das ist gar nicht mehr im strahlen rum eiern nicht hier so ein weg umstehen ich komme hier vor über die Bäumchen wechsel dich hier halt hier lang ist das nicht schön im strömenden Regen spazieren zu gehen einfach sinnlich stay focused there is a heavy unit approaching I'm detecting a large security force heading your way it's the grineer das war eigentlich nicht der eingang und dann gehen wir hier rein ach hier da ist ja zum hacken das nehme ich eine freundliche begrüßung wo soll denn hier so wir gehen mal hier so ein bisschen rein muss ich gar nicht verstecken ich sehe dich ja doch oh gute nacht reicht 48.000 gut wir gehen man spielt zu kuckuck hier mal zu Guckuck spiel ich nehme mich drunter nein doch nicht nein das ist gar nicht gedacht schütten sind ja ja du kannst du machen es ist noch mal ab hier hoch nehmen wir den offiziellen weg ich bin schon da bleibt mal ganz unruhig papi kommt schon ja jetzt schon ein bisschen unruhig vor der aufzerrück Use caution, I am picking up traces of Prosecutor's shield auras in your vicinity. So, wo muss ich jetzt eigentlich lang gehen? Sind die nervig? Aber ganz ehrlich? Haben sie ja fast geschafft. Gehen wir hier hoch. Ist das Ding schon wieder zu hier? Oh, da kommt noch einer. Vielleicht bei Lohna gelungst. Denkst du, ich lass mich hier anrumseln? Nee, nee. Wollte ich sagen, raus hier. Ach, bin ich doch doof. Ich renne natürlich verkehrt. Super! Ja, da wollte ich da gar nicht hin. Ich wollte raus. Immer diese Missverständnisse. Na ja, nimm nur noch immer nimm. Ich komm mal ganz kurz auf die Höhre, wir machen gleich weiter. So, ok. So, ich geh mal ganz kurz auf die Höhre, wir machen gleich weiter. Was in love once, with a man, face of an angel, morals of a chainsaw. We all have a type, don't we? Against which we must be forever on guard. But damn, he looked good in a suit. So, ok, weiter geht's. Auf in die nächste Runde, will nicht noch ein bisschen nerven. Was haben wir hier? Auslöschen. Oh, I win! I am having so much fun with you, little mate. What shall we play next? Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Error, not a number. Did the operator enjoy this criticism? Das ist Adron, den hat man hier gerade. OP der Verteidigung. Na klar, machen wir die. So, modieren wir mal. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the risk. Ich bin gerade eben. So, eben so. Entschuldigung, ich muss hier lang. Ich muss da mal durch hier. So, ich muss da erstmal... Geht doch mal... Nein, du wirst mich jetzt hier nicht rosten. Vergessen. Ich muss hier erstmal da hoch. So, ich bin schon. Aufdringlich seid ihr hier gar nicht. Ich bin da wieder so ein Hinblick überhaupt hier. Oder hab ich das vergeigen tun. So kann ich das 주세요. So kann ich das to жторы heute Morgen. Oh, man, was ich jetzt eigentlich? da oben muss ich auch mein total falsch ich meine war wieder hingekommen machen wir nicht gut da haben wir jetzt müssen wir es in die richtung die nerven einen aber auch halleluja erst mal hier runter in die richtung gab es da nicht irgendwie einen weg so selten gemacht ich will jetzt wissen wie war das hier ich muss da irgendwie rüber da muss ich nicht durch ich bin ich bin ich bin ich bin Nein! Der Kapsel ist auf dem Weg. Ah ja, siehst du, wo war das? Ich werde mich mal komplett irren lassen. Dann eben so. Ok, jetzt rüber auf die andere Seite. Das kennen wir nur schon. Wasserweißgott durchschöpfen. Wir haben auch. Okay. Ich doch. Nimm doch mal hier. Hat er denn die andere Waffe? Ist es 10h? Nein. so Sooo... Ich glaube, das Schock ist nicht. Ich glaube, das Schock ist nicht. Hey! die werde ich helfen ach meine waffe macht die da unten das sieht schon ein bisschen besser aus oder mal ab hier ob doch hier zu tun geht aber beiseite sehr schön gut, nehmen wir es auch noch nicht hier oben, gut, gehen wir da oben lang Juri, was für eine Armee hier und tschüss ist es hier, was für eine Armee hier Ja, oh, warte mal. Ja, ja. Okay. dieses blöde ding zum öffnen dahinten wahrscheinlich mal rumschauen hier da geht's raus einfach nur raus da geht's 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 da 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 verlangen verlassen einfach mal sinken die schiffe so ein bisschen ja guten tag da ja schön und ich muss da hoch jawohl und tschüssi koski man klaut ihm den haufen zeug da ich bin ich älster in der hinsicht schluss mit der folge bis zum nächsten mal dann machen wir weiter tschüss und ja bis zum nächsten mal